Servus und Herzlich Willkommen zu einem neuen Part hier beim TCG Cardshop Simulator. So ich habe den Laden schon mal aufgemacht, dass es hier schon mal losgeht. Dankeschön. So zwei, Moment. Hier so, zack, weg. So ich habe den auf jeden Fall schon mal aufgemacht, dass es hier schon mal losgeht und bin mal gespannt, was wir heute schaffen, weil es ist natürlich ein bisschen schleppend jetzt gerade am Anfang. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Achso, das ist das hier. Nimm dir ruhig ein Dösle. Schade. Ja, jedenfalls bin ich mal gespannt, wie es heute läuft. Die gehen automatisch zu und schreien die Kartons. Auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Null. Wunderbar. Die muss ich natürlich aufmachen wieder und dann hinstellen. So. Gucken wir mal. Ich hoffe mal nicht, dass das zu viele werden mit diesen Stinkern hier. Also, dass ich das in Grenzen hält. 57. So. Ich suche D20 Würfel. Tja, die habe ich leider noch nicht. Die habe ich leider noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die schon... Habe ich die schon frei? Das ist normales Zube... Achso, naja, gut. Ich kann sie freischalten. Es ist aber auch komisch, dass jetzt die Leute anfangen, nach Sachen zu fragen, die es im Grunde noch gar nicht gibt. Kartenhüllen. Auch nicht schlecht. Okay, Reinigung 16. Level 9 erforderlich, okay. Oh, Entschuldigung. Einmal Spray. Hm. Aber so ein Regal... Okay, 1167. So ein Regal kostet halt auch, ne? Ist das Spray wieder voll? Ich habe doch das Spray eigentlich... Ähm... Ne? Achso, ich muss wieder abbrechen. Ja, das ist ein bisschen komisch gemacht, muss ich sagen. Mit dem Spray. So, 7. So, Servusler. Wir haben 57. Ja, ist ein bisschen komisch gemacht mit dem Spray, das rauszunehmen, reinzupacken. Also ich hoffe mal, dass da irgendwie was kommt. Halterungstechnisch, dass man hier, keine Ahnung, dass ich das vielleicht hier auf den Tisch stellen kann oder so. So, ich kann es zwar relativ schnell rausnehmen, aber ich kann es nicht platzieren. Das funktioniert leider nicht. So, gucken wir mal ganz kurz. Der ist zwar gleich da, aber... Mal schauen, was hier die... Kleiner Schrank... Kleines persönliches Regal. Einseitiges Regal. Das sind halt 300 Dollar, ne? Das ist halt schon hart. So, wir haben 17,50. Jawohl. Immer schön ran mit den Leuten, die sich an den Tisch setzen. Da werden wir natürlich auch noch ausbauen. Ne, da habe ich noch keine Karten. Da muss ich noch ein bisschen was... Was machen. Ähm, 39. 2,50 bitte. 17,50 zurück. So, 15. Ja, ich meine, es kommt schon Geld rein, ne? Aber so viel Gewinn ist jetzt da auch nicht drauf auf den Karten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Marktpreis ist 2,25. Ja, das passt schon. Profit ist 1 Dollar pro Päckchen. Ich hoffe mal, dass das auch so bleibt. So, wir können mal gucken, was wir vielleicht... Das sind diese Kartenboxen, ne? Hm, aber 150 ist halt auch nicht gerade schön. Da gibt es dann noch die nächsten Karten. Aber das sind 300 Dollar. Ich weiß ehrlich gesagt, womit ich anfangen soll. Was bringt wirklich viel Geld, ne? 2,50. Servusle. 7,50. Jetzt könnte ich mal gucken, ob ich hier irgendwas... Moment, wie war es? Mit Karte legen. Links klick. Wir haben ja sortiert nach Preis. So, wir haben aber hier nur Einzelne, Einzelne, Einzelne. Schauen wir mal nächste Seite, ob wir da irgendwas doppelt haben. Und wenn es nur ein bisschen was ist, ne? Der da zum Beispiel, na toll. 20 Cent, das ist halt nix, ne? Das ist halt gar nichts. Aber ich lasse das. Dann machen wir lieber mal noch ein paar Karten auf. Jetzt haben wir ja Glück. Ja, 93 Cent ist nicht viel, ne? Na, hallo? 2,50. Also ich glaube auch nicht, dass ich eine von den teuren Karten, wenn ich die nicht doppelt habe, dass ich die dann verkaufe. Selbst wenn ich jetzt da keine Ahnung, eine Karte habe bekommen, die ein Tausender wert ist oder sowas. Ich glaube nicht, dass ich die verkaufen werde, solange ich die nicht doppelt habe. Weil ich möchte das Buch auf jeden Fall voll bekommen. Und das ist ja einiges, ne? Also wenn ich jetzt halt mir das... Upsa. Wenn ich mir das Buch jetzt mal anschaue. Wir haben 110 Seiten. Ah, 12 Karten. Also da ist ein wenig was, ne? Und bis ich das dann mal voll habe, das wird wahrscheinlich dauern. Da können wir noch... Das können wir gleich noch reintun. Damit ist die Box leer. Ich werde wahrscheinlich dann auch, wenn ich die nächsten Kartenboxen oder sowas kaufe, werde ich das mal ein bisschen umstellen. 98, 47. Wunderbar. 34. Oh, also das Päckchen hat sich definitiv gelohnt. Wow. Ein Gesamtwert von 138. Ja, das Geld, was auf jeden Fall fließt, solange der Tisch im Grunde abbezahlt ist, ist das dann nur noch ein passives Einkommen. Ich weiß auch nicht, ob die Leute sich hinsetzen, wenn ich jetzt halt hier 10 Euro mache oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil die Nachbarschaft verlangt halt nur 5 Euro. Schön, 39 bitte. 1 Dollar zurück. 1 Euro. Machen wir mal an. Oh, ich muss meine Rechnungen noch zahlen. Das ist ja noch das Nächste. Ach nee, habe ich gar nicht. Habe ich schon bezahlt mit euch. Ich denke, dass ich da tatsächlich mal ein bisschen den Laden laufen lasse, dass wir ein bisschen Geld zusammenbekommen. 1,50 nur von jedem. Wenn die bloß ein paar Minuten da sitzen. Ja, gut. Aber dann setzt sich wenigstens gleich das nächste Pärchen hin. Was ja auch schon mal gut ist. Vielleicht stellen wir noch mal einen Tisch auf. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Noch mal einen zweiten Spieltisch. Es ist halt auf Dauer gesehen wirklich ein optimales, passives Einkommen. Warte mal. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich den so nah stelle, oder? Das snapt sogar, ne? Oh, das snapt sogar. Das ist cool. Das ist cool. Vielleicht machen wir damit auch wesentlich mehr Geld. Kommen sie rein, kommen sie ran. Jawohl, das nächste Pärchen, so mag ich das. Keine Kartenhüllen. Ja, habe ich auch nicht. Noch nicht. Das kommt schon noch. Vor allem, ich muss die ja freischalten. Aber vielleicht machen wir das, dass wir die Kartenhüllen, weil die sind ja nur 50 Euro. Dass wir die zuerst machen. Dann schauen wir noch mal drauf. Dann schauen wir noch mal drauf. Da sind jetzt nicht so viele drin, das können wir machen. 40 Stück, ich weiß nicht, wie viele da reingehen. Zum Glück gehen die da rein. So, schauen wir mal. Marktpreis. Marktpreis plus 10%. 240, passt. Können wir machen. Wie viel ist das jetzt gewinnen? Jetzt habe ich noch mal drauf geschaut. 1,82. Na, das ist cool. So, wie sie immer wedeln dann mit den Armen. So, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Mit dem Tisch jetzt noch die Hüllen. Das ist gut. Wir machen dann natürlich noch mal Päckchen auf. Also, wir kommen gar nicht drum rum. 13. Die Spray sind auch schon wieder leer. Also, zumindest das eigene Regal. Aber es ist auch schön, dass die, selbst wenn sie am Kartentisch gesessen sind, dann sich trotzdem noch entscheiden, dann irgendwie was zu kaufen. Wahrscheinlich die Verlierer, die dann noch mal was nachkaufen wollen, haben ihre Karten verloren. Ja gut, dann mache ich das jetzt so, dass ich die, warte mal, den Karton stelle ich da her. Und dann schnappe ich mit dem Karton nochmal und dann tue ich das da oben einfach noch mit zusätzlich rein. Dann habe ich den Karton weg. So, machen wir mal noch die Kartenpäckchen auf. Aber ich glaube, ich muss den Laden dann zumachen, weil da kommt ja keiner mehr. Wunderbar. So, dann hier einmal. Wieder einiges. Also, kommt doch noch immer wieder schön was Neues mit rein. Cool. Nochmal vier neue. So. Machen wir das einmal zu. Ich weiß nicht, ob er dann... Äh, nee. Weg. Ja gut, ich mache jetzt halt einfach den nächsten Tag mal. Dann sollte der verschwinden. Genau. Unzufriedene Kunden. Sieben. Hm. Level reicht plus eins. Passt. Ich denke, das passt so. Jetzt muss ich nur meine Rechnungen wieder zahlen. Ähm, es sind 110. Und schon haben wir kein Geld mehr, ne? Das ist echt schlimm. Vor allem alleine mit den Tischen oder so mache ich jetzt halt die 110 nicht, die ich jeden Tag zahlen muss, ne? Vielleicht warte ich doch ein bisschen zu schnell. Vielleicht warte ich doch ein bisschen zu schnell. Also, das ist ja auch ein bisschen zu schnell. Ich bin ja schon ganz glücklich, dass der Tag relativ lang ist. Was sagst du, das habe ich leider jetzt nicht lesen können. So, wir haben hier 27. So, wir haben hier 27. Und legen sie 10 Karten auf das Kartenregal und legen sie in den Preis für den Verkauf. Wir machen jetzt halt das einfach mal, wir müssen irgendwie Karten losbekommen. Wir tun jetzt halt mal die Billigkarten weg. Das geht halt nicht anders. Ich sortiere nochmal, einmal rüberblättern, dann guck, halt, war da eine Doppelde? Ne, war keine Doppelde. Dann legen wir halt die 20 Cent Karten hin, das ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir kriegen dann auch diese Quest weg. So, dann machen wir einfach Marktpreis plus 10. Das ist schön. Also, das ist ganz gut gemacht, muss ich sagen. Mit dem, dass man den Marktpreis jetzt eben bestimmen kann. Marktpreis plus 10. Das sind zwar dann nur Sendartikel, aber das, meine Güte, was will ich machen, ne? Der muss in der Kasse jetzt erst einmal warten. So, Marktpreis plus 10. So, 26 bitte. Oh ja, gut, gut, gut. 8,34 Euro. Servusle. Ja, 33,50 Euro. Voll ins Gesicht. Ich bin mal gespannt. Ich werde das austesten mit dem Ausloggen. Ob dann die Dose wieder voll ist. Ich sollte mir allerdings hier noch eine zweite mit rein tun, ne? Weil wenn die weggekauft sind, ich habe jetzt ja nicht unbedingt das Geld, dass ich so viel nachkaufe. Jetzt, der kauft halt echt jetzt nur diese eine Karte, ne? Und teilt mit einem 100er, oder? 4,78. 50, 70, 5, 8. Das sollte verboten werden, nur diese Karte zu kaufen. So, wir haben hier 13,22. Bitte. Wunderbar. So, schauen wir mal. Nächsten Karten noch hin. Da haben wir noch eine. So, dann die hier. Mit Marktpreis plus 10. Ich weiß nicht, wenn das so eine Karte ist, die so ewigst häufig erscheint. Ich weiß nicht, ob man die dann wirklich im Laden verkauft. So, das ist aber jetzt dann wirklich das letzte hier. Verkaufen Sie 10 Karten an den Kunden. Ach so. Na gut, 3 haben wir ja schon verkauft. Zum Glück hat das gezählt, ne? 2, 4, 6 Stück sind noch... 7 sind noch da. Ne, 6 Stück sind noch da. 2, 4, 6. Das heißt, eine hat es nicht gezählt. Guter Preis. So, wir haben hier 22,72. Und auch wieder eine einzige Karte hier, ne? Aber wenigstens passend gezahlt. 4,78. 50,80. So, nimm. Nimm die 2 Cent. 5 auf die 2 Cent. Okay, dann machen wir mal. Wir haben jetzt halt nämlich nur noch... Hä? Ach so. 10 Karten. Damit ist das da gemeint anscheinend. Ich kann halt jetzt halt nichts nachkaufen, ist das Problem, ne? Ist wirklich das Problem. Ich kann nichts nachkaufen, weil ich am nächsten Tag wieder die 110 zu zahlen habe. 4,81. 4,81. So, und wenn ich dann am nächsten Tag die Rechnung zahle, dann habe ich bloß noch ein Huni. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem plus gemacht. So, Leute, was wollt jetzt ihr? Ihr kauft hoffentlich nicht nur die einzelnen Karten wieder. Wow, ich muss eine davon haben. Na dann, nimm doch. Nächstes noch das andere Zeug. Also ich will es vermeiden, dass ich hier irgendwie... Zwei Karten hat er jetzt genommen. Wie konnte das sein? 1, 2, 5, 6. Und er müsste keine haben. Okay. Sonst hätte mich das jetzt gewundert. So, nee, wir müssen noch tatsächlich eine Karte drauf machen. Warte mal. Das vielleicht auf 20 setzen. 1 Cent weniger zum rausgeben. Schön. Spielt, Leute, spielt. Aber ich glaube trotzdem, es war die richtige Entscheidung, dass ich den Tisch noch mit her habe. Weil den müsste man relativ schnell... Also ich denke mal drei Tage, maximal vier Tage. Und dann hat man die Kosten für den Tisch doch wieder drin, oder? Also ungefähr, vielleicht auch fünf Tage. Bediene 100 Kunden an der Kasse. Das machen wir. Wenn denn so viele Kunden kommen. Ja, ich glaube, da lasse ich wirklich mal ein bisschen laufen, die Tage. Weil jetzt im Moment, es zieht sich so ein kleines bisschen wie Kaugummi. Ich denke, wenn der Laden größer ist und noch wesentlich mehr Regale da sind und man dann hier sogar jemanden einstellen muss, der die Kasse macht. Ich glaube, dann läuft es wirklich richtig gut. Aber jetzt am Anfang, es schleppt sich ein bisschen. So, vier Uhr dreißig. Auf jeden Fall Zeit, um mal einen Schluck Kaffee zu trinken. Tja, um Karten habe ich leider keine am Tisch, Junge. Wir machen schon mal das Licht an. Das ist in Ordnung, sagt er. Es sind nur noch zwei Dosen da. Aber es hält sich noch in Grenzen mit den Stinkern. Ich habe mit mehr gerechnet. 250. Ja, vielleicht sind die Kosten ein bisschen übertrieben, die man jeden Tag zahlt. Weil da auf den grünen Zweig zu kommen, ist halt schwierig. Und die Regale sind halt auch nicht gerade billig. So, fünf Uhr dreißig. Eigentlich müsste ich wirklich hier ein Päckchen mal bestellen. Aber ich lasse das jetzt mal. Andererseits, wenn ich es nicht auffülle, dann kann es nicht gekauft werden. Ich meine, davon habe ich ja noch welche. Das ist ja schön und gut. Und da mache ich ja auch ein bisschen mehr Profit. So, was wollen wir? So, das macht dann 7,30 Euro. Jetzt, wo ich es ein Euro habe, sage ich die ganze Zeit Dollar. Als ich Dollar hatte, habe ich die ganze Zeit Euro gesagt. Schrecklich mit mir. Ne, ich muss vielleicht eine Packung dann kaufen. Wenn hier die Teile noch raus verschwinden, dann muss ich auf jeden Fall den Karton kaufen. Jawohl, 13 Dollar. Also 26, 27 Dollar waren das jetzt insgesamt. Wir haben gerade mal Tag 4, laden Ebene 5. Da dauert es aber auch nicht mehr so lange. Müssen wir die Stufe 6 erreichen. 1064 XP zu 1210. Also 140, 150 XP braucht man noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel XP man bekommt für irgendwas. Am Tisch setzen, nicht nur gucken. Genau. Und dann gleich mit dazu. Und dann zocken. Und dann hoffentlich bleiben sie recht lange sitzen. Die sind aber alle schön chillig. Also die Leutchen, die hier so zum Einkaufen kommen. Ganz gemütlich, am Laufen. Gefällt mir. So. Jetzt wollte ich mal gucken noch. Es gibt diesen Spieltisch. Ich wollte mal gucken, ob es da noch einen anderen Spieltisch gibt. Das gibt es da. Eine Werkbank. Da bin ich ja mal gespannt. Automatische. Oh, automatische. Das ist nicht schlecht. Shop Level 16. Checkout Schalter. Da können dann die Kunden selber kaufen. Aber halt. Ja, Level 15. Und 1500. Das ist jetzt nicht gerade das. Das schönste. Automatischer Duft. T1000. Na gut. Und die Glasvitrinen, wenn ich habe. 2 Dollar dafür, ist fair. Das freut mich. Sind zwar 2,50 Dollar. 3,50 Dollar. Aber... Äh, R. Hallo? Oh. Da rein? Warum geht das jetzt nicht da rein? Stornieren. Und rein. Jetzt. So, 3,20 Dollar. So, da haben wir jetzt 5. Ich werde zwar das... Ähm... Ich werde zwar die Aufgabe erfüllen mit den 100 Kunden und der Kasse bedienen, auch wenn ich jetzt das vorspiele. Aber ich kann im Grunde ja eh nichts machen. Also ohne Geld. Ohne Moos nichts los hier im Shop. Ups. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. So. Nochmal da herstellen. Gut, gut. Na ja, ich hoffe es wird euch nicht zu langweilig hier. Weil ich eben so wenig zu tun habe. So, ich will die aber noch fertig spielen lassen, bevor ich den Tag beende. 9 p.m. ist zwar schön, aber... Und vielleicht kauft ja nochmal einer was. Das ist ja noch das andere. Wenn die dann aufstehen... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Geld bekomme. Das werde ich vielleicht irgendwann nochmal ausprobieren. Gut. Dann beenden wir den Tag. Äh... Zack. Wir haben tatsächlich ein Plus gemacht, ja. Aber trotzdem. Jetzt müssen wir erst einmal die Rechnungen zahlen. Und 256 haben wir noch. Na gut, dann muss ich... Da komme ich nicht drum rum. Ich muss auf jeden Fall hier... Karten. 91! Sind die so nach oben gegangen? Boah. Heftig. Also, finde ich jetzt heftig. 2,14... 2,50... 2,50... 2,50... Marktpreis plus 10... 2,35... Nee, ich muss... Ich muss... Ich muss was verdienen hier. Und wie schaut es da aus? Mit 2,40... Das passt. Und hier... Mit 13... Das passt. Naja, gut. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle auch Fini. Ich werde, wie gesagt, ein bisschen nach vorne spielen. Dass wir Geld drin haben. Das wird natürlich eine Zeit lang dauern. Ich denke einmal, dass ich mindestens auf Tag 7 oder Tag 8 oder sowas vorausspielen muss. Ansonsten, wir können ja da nichts machen. Das ist ja das. Na gut. Ich hoffe jedenfalls trotzdem, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Nicht vergessen, Abo da zu lassen. Wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.